Wenn es nach dir geht, mache ich immer alles falsch. Was habe ich diesmal falsch gemacht? Ma. Silly step. Ich mache halt sooo... wenig Schaden jetzt. Ich soll mal aufhören mit dem ganzen Gefreeze hier. Ah, jetzt auf einmal mache ich wieder... Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das doch nicht direkt bei der Krabbe gemacht, die sowieso gleich weg ist. Nein, das wollte ich nicht. Ich mache mal die falsche Taste, das wollte ich. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, dass ich den ersten Spielstand nicht überspeichere, sondern erstmal nur den zweiten, um zu schauen, ob ich es überhaupt durchschaffe. Okay, wir sind zwar an denen vorbeigelaufen, aber es sind trotzdem im Kampf. Das ist okay. Das akzeptiere ich. Trink mal einen Drang. Erste ist weg. Oh, cool. Komplett auf den zweiten erstmal gegangen. Das hat jetzt auch nicht so viel gebracht mit der Bombe. Aber zumindest ist jetzt schon mal der eine weg. Also der zweite quasi. Und der dritte, den haben wir auch gleich gepasst. So, wir schauen erstmal über den zweiten, was überhaupt für ein Gegner auf uns zukommt. Ich weiß gerade nicht, was die für Fähigkeiten haben, ob die nicht fräsen. Sollte ich es nicht schaffen, kann ich dann hinterher noch was essen, was halt darauf angepasst ist. Okay, also scheinbar fräsen die. Wir werden es sowieso nicht schaffen. Das sehe ich doch jetzt schon. Ich darf immer noch nicht trinken. Spiel, wieso bringst du mich absichtlich um? Schauen wir erstmal nach dem anderen Gegner. Ich glaube, das könnten wieder Krabben sein, ne? Im Grunde ist es egal, ob Karotte oder Apfel. Es sind Krabben, natürlich. Wie könnte es anders sein? Natürlich gleich drei Stück. Ne, stimmt. Ich kann nichts trinken, weil ich nur noch einen Trank habe. Wie dumm bin ich überhaupt? Ah. Ich glaube, der Husten schlägt bei mir langsam so ein bisschen auf mein Denkvermögen oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder auf mein Gedächtnis. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Ich habe keine Ahnung, kann es sein. Sehr gut. Okay, also auch wenn jetzt die eine Kabel weg ist, ähm, wir werden es trotzdem nicht schaffen. Okay, dann lassen wir dich hier oben erstmal in Ruhe und versuchen mal unten das Gebiet zu clearn. Vielleicht haben wir da mehr Glück. So.